ich mache heute eine tour in den westen kephalonians und unser erstes stop ist myrtos beach es ist hier so ein felsabgang, ihr müsst es mal googeln und das wasser ist, ich habe keine ahnung wieso, aber es ist hellblau richtig geil mega fette wellen und ja da werde ich mich jetzt gleich mal reinschmeißen hier Musik 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 I love it Musik 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 Sniper Musik 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 Mega, kann ich echt sagen, es war so cool, aber, oh Gott, ich hab mir Mascara drauf gemacht heute Morgen, es war ja richtig sinnvoll, aber, boah, die Welt, ich hab sowas noch nie erlebt, oh, ich war auch noch nicht in der Dongreis oder so, ich glaube, da sind Wällen echt mega, aber mega, mega geil, richtig cool, richtig salziges Wasser, das hab ich hier auch noch so nicht erlebt, ich will mal echt reingehen, aber ich trau mich nicht, wie immer. Give up Tweets, give upですね, ich spre jetzt wie immer. Rose, Isabela! Ja, ich calling sie,, Alter! Dew Whit中国erin, Grenzen, Wilbur, die Welt, oh, Glückwunni, Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin jetzt in Fiskado. Wir sind, glaube ich, von Myrtaus Beach schon so ziemlich etwas über eine Stunde gefahren. Das ist relativ weit im Norden von Cephalonia und gilt so als die Celebrity-Hochburg. Also hier schlagen wohl immer wieder regelmäßig irgendwelche Celebrities auf mit ihren riesigen Yachten. Also da hinten ist zum Beispiel jetzt eine. Es gab in 1953 ein großes Erdbeben. Da wurde 91 Prozent von Cephalonia zerstört. Und Fiskado, der kleine Ort, der hat es in seiner ursprünglichen Form geschafft zu überleben. Da ist nichts kaputt gegangen. Ja, wir haben jetzt ungefähr anderthalb Stunden hier Aufenthalt. Ja, bis um drei. Es ist jetzt halb zwei gleich und ich werde jetzt was essen. Danach geht es weiter, glaube ich, nach Essos. Ich bin jetzt wieder zurück im Hochschule. Und bin frisch geduscht. Das war auf jeden Fall ein schöner Tag. Ich bin aber auch so ein bisschen kaputt und mein Magen meldet sich. Das wäre jetzt echt die Krönung, wirklich, dass der Fisch nicht gut war. Der war so lecker und der war so frisch vor allen Dingen. Aber you never know, ne? Das war ja Lachs mit Quinoa und ich fand den mega lecker, wirklich. Aber irgendwie auf jeden Fall, was mir am besten heute gefallen hat, war wirklich Myrtos mit diesem Wasser, mit diesem türkisblauen Wasser und diesen mega, mega Wellen. Krass war halt, dass es halt alles Kiesel war oder Steine richtig. Also da musste man echt höllisch aufpassen. Weil wenn die Welle so kam und man wird da so zurückgeschmissen, man kriegt ja Steine am Kopf. So, also das ist schon echt nicht ohne. Aber jetzt will ich so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Also ich finde solche Wellen, ich weiß, ich habe es nur einmal im Indischen Ozean erlebt, so Riesenwellen. Und ansonsten, glaube ich, gibt es hier wirklich so an größeren Stränden, ne? Oder an größeren Meeren, wie jetzt Pazifik oder sowas. Also ja, ich will unbedingt nach Hawaii zum Beispiel. Das ist echt auf meiner Backe. Die ist ganz weit oben. Ich glaube Portugal. Portugal bestimmt auch. Da gibt es ja auch total viele Surfer. Ja, also ich hoffe euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch oder ein Abo. Und ja, wenn ihr was kommentieren wollt, dann gerne in die Kommentarfunktion. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.